hallo herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal zu einer nagelneuen folge no one survived mit easy und mit mir wir waren in der letzten folge bei der polizeistation und auch dieser army base um die neuen waffen zu finden was uns leider nicht geglückt ist allerdings muss ich zu meinen eigenen bedauern bestehen auf die einfachste lösung bin ich bisher nicht gekommen ich habe ein kommentar erhalten wir war der natur natürlich leider nicht über youtube direkt warum guckst du denn nicht beim waffenhändler nach wo gesagt habe es wäre richtig einmal zum thema waffen und einmal ein thema klamotten dieses thema beim heute angehen wir werden uns einige sachen einpacken vor cyber die wir verkaufen könnten und dann machen wir uns auf den weg zum einzelnen waffenhändler und vielleicht danach auch noch zum klamotten händler in diesem sinne viel spaß bei dieser folge let's go so easy du hast verstanden worum es geht wir öffnen die verkaufskiste ja gut da gibt sich viel wachenteile werden wir definitiv jede menge mitnehmen weil erstens haben wir genug und zweitens wie gesagt haben wir genug und da sie ja einiges wert sind wenn wir dementsprechend noch einiges mitnehmen wo wir sorgen dafür dass wir alles nur noch einzeln haben alles andere nehmen wir mit das nehmen wir mit das nehmen wir mit zwei schäfte auch modell 1 und 2 ja hier gibt es ein modell 1 im bogen könnten wir theoretisch auch verkaufen bei nutzen tun wir ihnen ja eh nicht aber wir lassen erst mal noch drin so was haben wir denn noch an waffen zu verkaufen gar nichts oder sagen wir lassen was lassen wir denn hier die weifeln immer mit wir wollen ja eigentlich nur zum waffenhändler dementsprechend können wir ja ein bisschen platz zu sparen und gewicht zu sparen ein wenig am waffen da lassen genau so machen wir das jetzt ist die frage was können wir denn noch verkaufen werkzeuge ob der sich für werkzeuge interessiert wir haben wollten packen sie erst mal ein was wir haben haben wir alles reingepasst der platz für den sperr haben wir nicht mehr okay ich würde sagen wir machen uns on tour und hoffen dass mein subscriber oder der schreiber in diesem fall recht hat und wir einfach nur zu doof waren oder meine wenigkeit zu doof war um easy direkt zum waffenhändler zu führen ein gut dass wir das alles hier in der nähe haben das heißt wir können wirklich mal ganz schnell hin um nachzuschauen so wir sind fast da kein gegner nur nähe erst mal ein bildschwein was uns angreift so guten tag ich möchte ein deal mit ihr machen genau so sieht es aus ich gucke mal kurz auf meine liste typ 95 rifle die hat auch schon mal sehr schön die 18 pistole standardpistole die wir hatten ne und alter das gaitlin schaden 47 das ist ein bisschen wenig schlagkraft plus 10 komputation geschwindigkeit minus 40 kaliber 7 was braucht das kaliber 5 was willst du denn dafür haben okay was möchtest du dafür haben 600 mal gucken ob wir die zusammen kriegen so aber nicht obwohl wenn wir 20 teile haben können wir es schaffen wir hauen erstmal alles rein mal gucken was passiert so wo liegen wir bei fast 500 naja könnt ihr hinhauen 615 oder bauen wir ja nicht mehr viel äh nein nein hier brauchst du so ein Buch ja so ein Buch kannst du haben so die Waffe hat er liegen lassen wo ist unser Auto ich schmeiße sie ins Auto meins alter Schwede vollautomatisch wir haben aber nicht genug Munition äh gut jetzt haben wir noch genug Sachen Beziehungswachstum ne nochmal dasselbe gedrückt das M das ging jetzt aber schnell 370 das sollten wir noch hinbekommen laufen wir schnell zurück damit sind wir sehr langsam das heißt also wir haben alle neun Waffen dann zusammen wenn wir wenn es noch ausreicht ob wir noch 300 zusammen kriegen werden wir sehen da bin ich ja besonders scharf drauf auf dieses Gewehr so noch 40 ach du naja dann sind wir aber die Messe auch schon mal los was nimmst du denn so ein Kukri mit das Schwert naja wir werden unsere Sachen los gibst du Schuhe auch sehr schön akzeptiert so hat es uns noch irgendwas neues komm mal bei sehr schön das heißt dieses haben wir schon mal erfolgreich erledigt und dank meiner persönlichen Dummheit leider nicht schon er die Frage ist wollen wir wo sind wir denn jetzt hier ich glaube das hier unten war der Klamottenhändler ich würde auch gleich sagen wir fahren noch an der Base vorbei da haben wir noch ein bisschen was um da haben wir noch ein bisschen was ein und fahren dann noch weiter zum Klamottenhändler mit ein bisschen Glück kriegen wir zumindest für die Easy ein oder zwei neue Outfits mal gucken nee wir mussten irgendwie hier lang damit wir quasi die Updates also wie gesagt Zombie technisch haben wir ja alles gesehen bis auf den Polizei Zombie aber ich denke mal das sollte jetzt nicht so das Problem darstellen den werden wir garantiert noch finden die Waffen haben wir jetzt erstmal alle wir werden sie natürlich ausgiebig testen mal gucken vielleicht schaffen wir das auch genau diese Folge aber ich würde sagen ach das machen wir gleich oder machen wir das zum Ende der Folge müssen wir jetzt erstmal hier umschichten so erstmal ja die Klamotten können wir sicherlich auch verkaufen oder so das gehen wir rein Geldling rein die passt natürlich nicht rein schade müssen wir halt zweimal laufen so wo ich würde sagen wir lagern es hier zwischen und zum Ende der Folge werden wir diese Waffen noch testen also würde sagen dranbleiben lohnt sich so wir speichern das ganze mal einmal ab damit wir das ganze nicht umsonst gemacht haben die Frage ist jetzt was nehmen wir noch mit wollen wir den restlichen Teil auch noch vorsorglich verkaufen sagen wir mal eins können wir davon noch mitnehmen eins davon den Rest haben wir ja nicht doppelt dementsprechend bleibt das hier sowas haben wir noch doppelt die Frage ist nur vielleicht braucht diese dieser Verkäufer diese Verkäuferin wer auch immer ja eher Klamotten das heißt wenn wir eine Militärweste noch einpacken und können wir den noch verbrauchen nächstes Mützen tragen wir eh nicht mit der alterlichen Helm würde ich gerne noch behalten vor zur Hose obwohl der Sommer kommt irgendwann wieder jetzt kommt zwar erstmal der Winter dementsprechend die Heimschuhe nehmen wir noch mit Vollmütze nehmen wir noch mit Schuhe können wir Schuhe noch mitnehmen die hässlich grünen Dinger die tragen wir doch sowieso nicht Lederschuhe einsich auch nicht Turnschuhe ich bin auch weg hier haben wir doppelt so wird sein Abflug so wo war das hinter der City ok ich würde sagen ich fahre erstmal in die Nähe und dann bis gleich so wir haben die City erfolgreich hinter uns gebracht und fahren direkt über den Schrand nicht ins Wasser hoffe ich zum Klamottenhändler ich hoffe das war auch der richtige Händler ist er richtig ja wir müssen gerade drauf zu fahren wenn wir das Auto nicht vorher schon schrotten ich glaube er war doch hier so ein Klamottenhändler sieht das ob die so aus ach ist das schön wie spät haben wir es denn haben wir es denn oh 17 Uhr wird gleich Abend so meiner schönen guten Tag hast du den Klamotten Jeans gepanzerte Schuhe gepanzerte Schuhe 15 4 7 15 4 7 warum wir eigentlich nicht Jeans habt ihr den Jeans schon vorher kostet der 46 Hombolhose in der Farbe noch mehr gepanzerte Schuhe den Schuh die gab es vorher schon 46 warte mal wir können ja mal gucken vielleicht können wir ja eine Hose gegen eine andere tauschen das möchtest du also nicht ne so nächstes noch drauf 44 hm mir kriegst du noch ein zweites oder das jetzt in die Pakt ach das hat sich gleich angezogen wirklich schön ist das nicht ich weiß wo es nicht ob es sich gelohnt hat aber ich gehe noch mal ran ne er hat was die Sachen im Programm die wir ihm verkauft haben schade also wie gesagt die neuen Klamotten scheinen hier noch nicht zu sein aber ich muss ganz ehrlich sagen oder gestehen ist jetzt auch nicht so tragisch also ich bin eher froh darüber dass wir die Waffen gefunden haben als die Klamotten und dementsprechend würde ich sagen wir fahren jetzt nach Hause mach doch mal nicht dann easy weil es gegenverkehr kommt ne es gibt ja sonst keine weiteren Überlebenden noch nicht wir fahren nach Hause dann werden wir eine Runde ausschlafen dann würde ich sagen packen wir uns die Waffen ein und testen sie mal in der Feuerkraft in der Schwindigkeit das leckt bei mir aber ganz schön gerade ich hoffe das ist eine Aufnahme nicht so naja gut das ist dunkel wir sind sehr schnell unterwegs muss auch viel laden ich würde sagen wir sehen uns gleich in der Base bis gleich bis gleich